Nastrophie Suppenkasper und herzlich willkommen zur heutigen Content Offensive. Mit dabei sind wieder meine Freunde. Niklas? Zabi? Zabi ist da? Mal kurz gucken, ob mein Essen fertig ist. Bis gleich. Aber Philo, Philo ist ja da. Oh. Es ist wichtig, dass man das Magnum-Pro anfeuchtet. Mit was? Sorry, mein Essen ist noch nicht fertig. Spucke. Herzlich willkommen zur Content Offensive mit meinen besten Freunden. Naja, Niklas? Zabi? Ich bin Henkels besser Freund. Zabex. Ich bin Zabex praktisch. Genau. Zottel. Zottelig und struppig Zappel. Und naja, Philo halt. Zappelt doch allesamt. Zappelt doch allesamt. Ja, ja, ja. Was hab ich dir gedacht? Wir sind die besten Freunde. Zappelt mal allesamt. Na, ich tue es doch. Ich tue es doch. Zappelt mal. Wollen wir starten? Yo. Yo. Wir starten jetzt das Spiel mit dem Twist im Geheimen Modus. Super, super. Genau, genau. Zabi, was soll ich denn reinschreiben? Was Feines, Henke. Ich hab was Witziges. Schreib doch schnell, so schreib doch schnell. Hab so Feinlich und Schnelles geschrieben. Ich hab was Feines geschrieben. Das wird super, Freunde. Das wird super. Wir stehen für die qualitative Revolution in YouTube Deutschland. Genau. Na, Klaas. So. Naja. Ihr müsst doch alle mal fertig drücken. Ich kotze. Oh, Mann. Le tue deifel, genau. Come on, tu t'appel. Cool, ça va. Gut, das muss Henke dann zensieren, aber das Problem hab ich ja zum Beispiel nicht. Mal, danke. Fertig. Fertig. Ich glaube, es ist gut geworden. Same aber, same aber. Ich bin von meiner Leistung an sich jetzt überzeugt auch. Yo. Wie gefällt dir dein Bild, Fido? Sehr gut. Na gut. Yo. Das ist so ne Frechheit, was ich hier abliefer. Was ist das denn? Äh. Mhm. Äh. Mhm. Na klar. Gut, dass es zensiert ist, was ich geschrieben hab. Ich hoffe, mein Satz kann so lange sein, sonst hab ich ein Problem. Shame. Das ist ja so trash. Oh, oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, bitte lass mich treffen. Er ist halt wirklich schlecht. Also es ist halt, es ist halt, es ist halt ne Frechheit. Es ist unverschämtheit. Wie verhält sich das mit primär männlichen Geschlechtsorganen auf YouTube? Okay. Das ist mir so schon zu spät. Dürfte man die zeigen quasi? Also gemalt. Ja, gemalt, ja. Auch wenn er zum Beispiel abquarkt in, zum Beispiel jetzt in eine Hackfresse rein. Ist ja Humor. Klar. Ja. Na klar. So, ich hab ne großartige Zeichnung veranlasst. Bitte. Yo. Bitte überprüft diese Zeitung gleich und sag mir, ob sie gut ist. Und los geht's. Was haben wir hier? Henkes Kirk wiegt mehr als der Eiffelturm-Soße. Ach so. Mhm. Niklas f*** am Eiffelturm. Okay. Ja, ja. Ich hab' ich gut gemacht. Ey, gut. Was steht? Das ist die G-Tab. Toll. Henke setzte sich versehentlich auf den Feuerlöscher. Ich bin so sauer, wenn du das nicht genommen hast. Ey, ist aber gut geworden. Aber stabil, Brat. Henke befriedigt sich mit einem umgebauten Maxonomik. Ja, du Muster. Mein Gott, Digga, what the f***. Das werd ich auf jeden Fall zensieren. Wie geil. Was feines Henkes sagt, Zabi. Bin ich ganz fertig geworden mit dem Nachbarn. Junge, ey. Ehrlich. Oh, Jungs, ist das scheiße. Oh, Mann. Henke dreht in der Mädchen-Wegel. Oh, Jesus, Maria. Wir sind auch noch traurig. Niklas lernte Philo auf TK in der Kennen. Henke filmt. Das ist eigentlich nicht weit weg. Digga. Ist strong, aber. Ist strong. Ey, nicht schlecht. Nicht schlecht. Großartig. Großartig. Großartige Folge. Nicht schlecht. Aber ist schon ein richtig beschissenes Spiel. So viel muss man auch mal sagen. Ja, Zabi, willst du noch eine Drecks-About machen? Ich würde zum Beispiel auch nicht in meiner Freizeit spielen. Freunde, Gartig-Phone. Spielt es nicht nur, weil es im Hype ist oder weil es uns faktisch Spaß macht. Das war Henkes Video. Es war uns wie immer ein Fest. In dem Sinne, Henke, lass das schmecken. Danke für die tolle Zeit, Freunde. Ich hoffe, du schiffst dann Diabetes. Ich hab's verdient. Kennen jetzt Körper, ist zuckerkrank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir revolutionieren YouTube mit der Content-Offensive. Meine Offensive. Das ist auch so Fäuste, als wären wir ein Team. Ihr müsst alle Fäuste so machen, genau. Content-Offensive. Niklas, nimm deine Scheiß-Wix-Griffel dahin und mach eine Faust. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach die Scheiße nie wieder. Du warst wieder eine Scheiße. Gartig-Phone ist wirklich beschissene Scheiße.